Hey ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie ich das Video anfangen soll ohne Ina, irgendwie das ist so merkwürdig. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll, aber ich glaube, dass auch viele warten darauf, dass wir uns melden und dass wir halt was zu der Situation sagen. Und wenn ich jetzt einfach einen Text schreiben würde, wo ich sagen würde, das und das ist passiert, ich finde, das wird der Situation nicht gerecht und deswegen haben wir uns dazu entschieden, also ich habe Ina auch gefragt, wie ich das machen soll. Wir haben beide gesagt, dass ich wahrscheinlich jetzt ein Video dazu aufnehmen werde.